Ja, ich bin drauf. Jo man. Und ich mach Begrüßung. Ja, dann hätte ich gesagt. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Let's Rülps in W.O.W. Meben Zwifti. Ja, hallo. Wir haben es ja heute nicht mehr so, es ist halb eins früh. Ja, man sieht es ja auch an der Uhr an W.O.W. Ich habe gerade was gegessen. Okay, Zockerfand ist da, Zeichsplatt ist wieder da. Okay, hi Leute. Wieder da, cool. Willkommen im Livestream. Genau. Wir müssen hier runter, bei dir Alice. Wir müssen da unten jetzt Quests machen, zwei noch. Aber da sind Alice. Obwohl, hier steht direkt einer. Direkt vor der Tür. Ach, ist klar, du ziehst den wieder dahin, wo ich natürlich keinen Schaden machen kann. Upsi. Das war mein, das ist mein Pad. Ich habe das nicht unter Kontrolle, du. Ich habe das nicht unter Kontrolle. Das ist der nächste Spawn. Ich sehe nichts. Wo stehe ich? Ich habe keine Ahnung. Ich freue einfach mal in die Menge rein. Vielleicht noch nebenbei noch einen Ali legen. Ah, genau. So. Ja, das hat doch mal Spaß gemacht. Oh, da kommt direkt der nächste Spawn. Haha. Passt doch, du brauchst mehr. Aber was brauchen wir von denen? Da wurde noch nichts gezählt. Hm. Hm. Stockerfans schreibt gerade in den Chat. Boah ey, dieses Jahr wird so richtig geil. Hm. 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 jetzt nichts gezählt wir haben ja auch nichts auf der tasche was irgendwie ich denke ich denke also bin ich hoffe dass die die pilzspur auch tropfen wäre gut wenn weil weil wenn man mit den pfeilen über die geier ich habe eine eine jetzt schon gelegt 4 ok die sind stehen da unten im wasser auch ja kann man auch einsammeln da also bis sie die getroppt haben dann ist ja weihnachten wenn man die sowieso unter wasser looten kann ich gehe mal mit zu dir weil da kann man die nämlich zusammen looten ok kino ja ja die also dieses jahr wird ein echt geiles kino ja also ja da ist der eine film und auch noch kommt also ja ja jurassic world avengers 2 jurassic world bin ich aber muss ich ehrlich sagen skeptisch ich fand also auch zum trailer her ich fand den anfang vom trailer richtig gut und dann hat der trailer mitten im trainer extrem nachgelassen da war nicht mehr so da also wo der trailer angefangen hat und die sind so durch das tor gefahren das war wieder weißt du so wie beim ersten teil so das feeling war wieder da ja und dann hat sich der trailer selbst wieder aufgelöst der neue james bond kommt auch ins kino james bond james bond ist auch nicht so meins ich habe zwar viele gesehen von den teilen aber das ist einfach nicht mein muss ich nicht da draußen läuft übrigens einer rum den wir legen müssen ich bin gerade auf dem weg dort hin da die richtung da kommen da was hat denn der live das solltet ihr auch nicht aus dass irgendetwas gekämpft er ist da auch so eine blödsinn den müssen wir gar nicht legen das war wieder falsche information da hier ist es das muss man unten das kleine büschelchen hier auf dem pilz das war ja dann schauen wir mal weiter drüben haben wir noch so ein blaues feldgebiet da ist sicher auch was looten und die pilzsporen stehen hier sowieso überall rum ja da vorne wieder zwischen den pilzen am zocker fans schreibt gerade am ersten februar kommt der zweite jurassic world trailer ja und am zwölften januar kommt der zweite avengers trailer ja wenn ihr das sagt nördiges fachwissen habe ich heute durch zufall auf facebook gesehen durch movie pilot also die die seite zu liken lohnt sich wirklich ja ja dann bekommst du zum beispiel angezeigt was momentan im fernsehen läuft nur zwölf stunden ok das macht natürlich macht natürlich mörder sind das habe ich gesehen da kann irgendein film den schon ewig nicht mehr gesehen habe sich den post okay guckt da guck ich drauf vor 23 stunden gepostet das war ein fehler ins wasser zu laufen ist ja nur unnötig ausgebremst ja genau hallo gerade gleichzeitig geklickt möglich gleichzeitig geklickt dann nehmen wir den auch mit wenn der schon so blöd rum steht hier die seite movie pilot wird von bekannten youtuber geführt bekannt ja wer manier kennt der weiß der hat auch viel mit movie pilot zu tun die haben das ein eigenes gedöns kennst du nicht denn ich nicht nicht mich kennt auch keine ja und dabei sind sind wir so verdammt gut ja muss das sind schuhe ich habe auch schon gefunden jetzt müssen wir noch eine oder zwei pilzsporen brauche ich noch dann bin ich fertig expeditionsvorräte ich muss noch eine expedition expeditionsvorrat muss man sammeln ja die habe ich alle ja dann habe ich irgendwo nicht ah hier vorne an der ecke okay wo hast du wieder nur gequatscht und nicht gelootet ja ist bei mir schlimm wenn ich anfangen auf kommentar war wo ist jetzt mir fehlt noch einer von dem scheiß sprit sporen da mir fehlen noch zwei am 8 januar gibt es guardian of the galaxy zu kaufen werde ich mir holen allein um meine marvel sammeln zu vervollständigen guardian of the galaxy habe ich auch nicht gesehen richtig gut ich glaube ich sollte man anfangen mit dem scheiß so marvel film an sich zu iron man tor halk doch das ist schon cool doch ich bin mehr so der ja so fertig hast du alle ja perfekt ich bin eher so der resident evil zombie ding gedöns oder oder star wars sehr geil auch schon alle teile gesehen du bist ja erst da muss man alle teile jetzt habe ich auch gesehen und ein bisschen thomas so nicht thomas genau du bist unscharf ich bin unscharfen könnte also generell auch die alten filmen sowie die plus die kamera wieder mal ein vogel ich muss das nur sagen dann bekomme ich die das war ein ring hoffentlich bringt er was ein bisschen charming was müssen wir dann noch mal runter oder wie was hat der gemacht der war gut der hat mich von 2800 schaden auf 3100 noch was hochgeputscht nur ein ring dafür hast du viel weniger live das mir doch ich bin die idee ich bin da mitsche dealer vielleicht ist es jetzt hier wo ich meine nein das ist nicht ich muss mal gucken ich glaube es ist unter uns das ist die quest die ich ganz am anfang gemeint habe hier muss man wasser springen ja müssen wir mal hier runter ja hier drauf ich tauche mit meinem wohnhof ganz tief runter ich las die mal jetzt habe ich wie wieder über 200 k live ich war da eben gerade bei 180 du brauchst nicht deine ganzen freunde mitbringen ja keine ahnung wie lange dass die dinge noch an meinem pad kleben bis die umdrehen naja kriegt er welten hier oder was ja jetzt sind sie weg ja das nenne ich mal ein mörderpack ja ich könnte man eben bei meinen status aktualisieren dass wir dass wir gerade hier sind ja dass sie kommen sollen die arschlöcher genau aber mit jäger nicht mit klorax so jetzt befasse ich mich auch mal hier mit töten und so ja wir haben alter ich habe während dem kampf mein status aktualisiert und habe 7000 der menschen das ja das ist mein pad das ist genau so wie bei dir deinen flächen macht halt im single target auch nicht unbedingt viel der match so und jetzt wieder hoch das gut den ganzen scheiß für eine so eine kleine quest neffelsis swifty wann kommt eigentlich die nächste folge jurassic park operation genesis jeden mittwoch ne nicht jeden kann also mittwochs sagen wir mittwochs sagen wir nicht jeden aber mittwochs kommt ja mittwochs ist gut mittwochs ist gut gesagt und ja die die kam jetzt diese woche donnerstags weil der erste erste 2015 war da war es logischer die dritte staffel 2015 zu starten und glaub mir dieses mal ist das kommentare beantworten wird sich ein bisschen länger ziehen wie ihr seid fleißig am kommentieren respekt an dieser stelle vielen vielen dank ich nicht die kommentiert gar nicht er kann nicht schreiben er geht mit mir jetzt gab uns aber was jetzt schon wieder für eine scheiße gemacht ja genau der hat mich direkt juhu fertig tut sich nicht die mühe zu schreiben so und jetzt wieder runter und dann können wir gleich hochreisen zum ring der elemente thron der elemente thron der elemente sorry in der scherbenwelt waren wir auch letztens da mit chloraxx waren wir auch bei dem elementen gedönst der schon ja das ist der thron der elemente ok das war der thron der elemente ja richtig gar nicht ja ich habe nicht aufgeklärt dass wir uns hier in der scherbenwelt befinden in der vergangenheit das habe ich auch nicht dass die siegen wie spurlos in einer parallel vergangenheit das hier ist ja nicht parallelen zeitebene weil das was wir jetzt hier machen lassen ja das hat keine auswirkungen dann halt auf die scherbenwelt oder auf die geschichte und wir würden wir jetzt hier nichts machen und die eiserne horde würde durch maschinen dann hätten veränderung gegeben doch dann schon ja dann auf jeden fall aber sonst auch gott ich glaube wie kunst eine quest haben wir noch ja oben beim thron der elemente haben auch noch eine das ist geschafft doch komm schon was war jetzt irgendeiner box mich lauf die lauf war hier die ganzen augs die beschützen uns ja es ist echt jetzt geweckt da du hast einen beschützen sie uns nicht nur zu wenig oh mein gott es gibt manche leute den ist so langweilig ja 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 das muss man nicht verstehen ne ah ok kein bock bis zum elften juni zu warten was ist denn am öften juni ach dann kommt die nächste folge an das mit jurassic park das erklärt sich ganz leicht warum ich nur eine folge die woche macht wenn überhaupt ganz einfach das spiel ist in 35 folgen durch da kann ich mich beeilen da kann ich langsam machen wie ich will das spiel ist nach 35 folgen durch auch kaum schon ich warte wiederbegeben hier ist das sind wenn ich wie viele hunderte ja 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 um noch mal auf ww zurück zu kommen wo man gerade hier war praktisch ja ein ganzes display also wer die erste und die zweite staffel gesehen hat ich komme gerade so über 30 folgen und wenn ich jetzt vier bis fünf folgen die woche raushaue da sind wir ruck zuck mit dem let's play durch und so lieber eine folge die woche und dafür ist ganze jahr über oder soja so kann man ein display und lenken und so kann man die zuschauer so weißt du so dass sie da sitzen und so wann kommt die nächste folge und dann ist mittwoch und dann hat zwölf die vergessene folge zu machen und dann hängen sie an deinem hals und in der bürgen so so wiederbeleben und abhauen oder ja aber nicht wir müssen in die richtung laufen wir müssen erst mal eine quest abgeben die habe ich schon ich habe auch die nächste schon angenommen an den gott wir können weiter die quest kann man nämlich ein bisschen woanders da auch ganz jahre machen ja da laufen wir da hoch so richtung fragezeichen mitte was müssen wir denn da machen irgendwas mit den wildtieren hier so wie es aussieht 11 juni erklärt hat dann kommt jurassic park ins genau was machst du das wild hier gestreichelt oder so tut mir das wenig das verfolgt das ist jetzt geil auf dich geiles will dir irgendwo hier sollte ein weltboss aber drücker fällen du musst das mal anders sehen wartest nur bis zum 11 juni bis der film ins kino kommt star wars fans müssen bis ende diesen jahres warten das finde ich auch ganz schön krass das hier sind elite weltboss wenn es auch nur anzecken gesetz hält für uns sind hortler die für uns kämpfen ich denke ja hoffe ich mal weil ich habe jetzt mehrfach schluss gemacht und das wäre unklug unklug guck mal wie viel leicht er hat er hat wie viel 1,5 millionen ja ja kannst du dir mal vorstellen wo ich mit meinem hexenmeister hier alleine war und war froh dass dann ein paar alis kamen okay mit drauf gehauen habe ich meine die haben mich zwar danach umgeklatscht aber es war mega geil gelegt gelegt ist gelegt genau so versuche verursachen wir mal hier mal ein bisschen damage so ne ich bin mit meinem damage am ende ich würde ja gerne noch 9 machen so was haben wir der ist voll mit pfeil was war das schild 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 braucht nur mal so ich hab hier eins musst du beim schild so durch trainurlaub naja hallo schild schild die dinge musst du zuerst einmal finden ja die sind breit gefächert herbeigelockt ja wie lock ich denn so da drüben ist doch hier läuft schon mal eins nach wird das für dich auch gezählt ich denke mal wenn du sie abgibst ja ich glaube nicht aber liegt lauter leder rum wir lassen so wie leder um drei norma ist das ist wenn ich fertigkeit auf 700 habe das ist kirchner rei leder verarbeitung noch lange noch eine elite also noch nie der beinahe todes mit viel weniger live ja ich war doch gerade rechtzeitig gekommen war zum abgrasen ja genau fragen im schild hast du morgen frei ja ich habe morgen frei aber ich habe morgen noch ein bisschen was zu tun wieso willst du nicht zocken mit sei split ich muss morgen zu hause viel machen also ja doch ich muss noch ein wasserhahn in der dusche einbauen und das auf dem balkon gehen und mich aufhängen das macht spaß ich habe morgen unendlich viel zu tun ich muss an der zöpfchen arbeiten ich muss ich denke mal ich werde schon mal die kommentare im voraus neuer rücken die kommentare für jurassic park muss ich schon mal im voraus beantworten weil sonst wird das nix mit freitag mit freie mit mittwoch folge moment neuer rücken alter ich krieg den krassesten scheiß da ist noch ein weltboss ja also morgen habe ich verdammt viel zu tun ist der wasser eigentlich morgen früh um neun uhr schon um acht was das nun bin schon hier eingelaufen das sind alles da ist ja ich sehe auf der kippe steht ja gut wenn ich jetzt das kann ich ganz gut verstehen ich bin in den ali bastion reingelaufen ok hast du wieder irgendwo hingeguckt ja wann kommt die nächsten folge nur zäpfchen es kam noch nie eine folge netzsäpfchen und ich bin noch an dem konzept am arbeiten da hier könnte ich aber eine hilfe brauchen ich bin tot das ding ab 200 aber ich auch gleich ja und jetzt haben mich alle auch noch die feige sau ach du bist vielleicht eine blöde arsch tunte drecksau kopfarsch schlampe ficken ich verstehe deinen schmerz ich bin ungefähr zehn kilometer von meinem tod weg ja ich auch ich glaube ich bin hinter dir ja ich habe auch in meinem meinem let's talk 2014 angemerkt dass nur zäpfchen überarbeitung bedarf drücken wir es mal ganz schlau aus das war scheiße ich habe mir selbst gezweifelt ich habe jede art von hoffnung verloren und da war freihändig so ja ich lebe solange kein ali kommt ja kein ali kommt aber wo alle wir sollten mal einen cut machen wir sind schon wieder drüber man hätte ich gesagt das hat mich gefreut dass ihr uns gesehen habt ich hoffe ihr seht uns bald einmal wieder ich wünsche euch was tschüss mit euch und tschau mit euch bis zum nächsten mal man spät hat uns jetzt ist tschüss